Grüezi miteinander ganz herzlich willkommen in der Redaktion von der Coop-Zeitung in Basel. Diese Woche machen wir blau, das Thema unserer Titelgeschichte, das blaue Wunder, die Jeans. Jeans ist immer noch mehr als eine Hose, Jeans ist immer noch eine Weltanschauung, hat immer noch so leicht etwas Revolutionäres, mindestens in dem Schweizer Büro und in den Geschäftsleitungsetagen. Wieso eigentlich? Vielleicht einfach darum, weil Jeans eine ehrliche Hose haben, eine echte Hose, ist eben nicht eine Uniform, nicht eine Verkleidung. Eine Jeans hat hier ein Risschen, hier ein Löchchen. Eine Jeans erzählt auch immer etwas über die Trägerin oder den Träger der Hose. Was ich auch in unserer Titelgeschichte erklärt habe, dass wahre Jeansliebhaber ihre Jeans nicht waschen, sondern im besten Fall mal irgendwie so ein bisschen an der Heizung oder so auslüften, wenn sie sich die riechen sollten. Oder ein anderer Tipp, den man auch sagt, ist über Nacht ins Gefreuerfach zu legen. Dort, mein persönlicher Tipp empfiehlt sich, wenn ich es einfach am Morgen vor dem Anleggen, die Jeans vielleicht noch mal aufzuteilen. Ich wünsche Ihnen eine ganz schöne Woche mit der Godzeitung.